Ich habe wieder den Ball, spiele mit dir, Jonas kommt. Okay, wir machen wieder kurz Tiki-Taka, Tiki-Taka und dann ist egal, wer den Spieler, den Spieler, der nachher nicht gespielt hat, das heißt, jetzt kannst du 1 gegen 1 zum Beispiel machen. Jetzt gehe ich auf dich zu, mache 1 gegen 1, spiele dann den Ball erst irgendwo hin und dann machen wir kurz Tick, 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 dann wieder 1 gegen 1, dass wir kurz 1 gegen 1 noch da drin haben. Ja, zwei, drei Mal Tick, aber wichtig ist, Aktion am Ball, will ich voll Gas jetzt mal haben. Voll Tempo und richtig gut und wenn ihr den Ball gespielt habt, dann pfff, und dann wieder rückwärts, immer den Ball anschauen. Okay, machen wir mal, komm mal, auf geht's. Hopp und komm, Ball entgegen, Tick, 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 schnell. Mach erst Tiki-Taka, mach erst Tiki-Taka. Ich nochmal Tiki-Taka? Ja. Okay. Genau, 3, 4 Pässe und dann machst du 1 gegen 1, egal wer und dann spielst du wieder und dann geht's wieder, dann geht's wieder. Genau, dann wieder, zack, 1 gegen 1 und wieder 1, 2, 3, mach auch weiter, mach auch weiter, mach einfach weiter, mach einfach weiter, ist egal. Wenn ein Fehler gemacht wird, geht's einfach weiter. Wer den Ball hat, ist Aktion. Wo der Ball hat, ist Aktion, nicht die Quatsche. Tick, 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 1 gegen 1 und spiel wieder. Tick, 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 1, 2, 3, das ist keine Pässe, das ist den Ball hinschlurfen. Rolle Dingern rechts. Okay, ja, man merkt's ja, wenn du nur so hart immer spielst. Okay, ganz kurz mal im Stopp, ein Coaching eben noch und dann lasse ich, dann könnt ihr was trinken. Pass auf, einige spielen Ticki-Tacka, das ist Stress bei einigen, ja. Ihr könnt auch, wenn ihr so nah zusammensteht, dann kann ich ihn nicht so hart anspielen, sondern, ja, ihr geht's nur, Tick, Tick, kurz eben berühren, ihr könnt auch kurz in den freien Raum den Ball spielen. Aber einige, die machen so Stress auf sich, die machen hier immer Abschließwettbewerb. Ja, sondern, da richtig versuchen, 1, 2 Meter, der Raum ist wichtig und dann auch mal ruhig, weich den Ball spielen. Okay, noch einmal, noch einmal Aktion, Tick, ruhig, ruhig. Innenseite, Innenseite, kurz 1 gegen 1 und wieder, bleibst weg. 1, 1, 1, kurz 1 gegen 1, gut, jetzt sieht das, ich war gerade am loben. Ja, aber Amadeus ist Verteidiger, da kannst du es vergessen. Und denk an den Innenseiten, genau, Weitfüßigkeit. Gut, danke, alles klar, ob, trinkt ja neben. Vielen Dank. Vielen Dank.